Ja hallo grüße euch, MD zockt, Zeit ist mal wieder, ich heiß COD die Jünger, habe mich jetzt quasi überreden lassen mir mal Battlefield 3 anzusehen, und ja wir sind hier in der Kampagne, die Mission ist Operation Fuck Off, keine Ahnung wie das jetzt ausspricht, es sei noch kurz erwähnt, grafisch ist es nice, aber das versprochene Grafikbrett ist es wahrlich nicht, die Kampagne bis jetzt, es ist alles nur geklärt, man sitzt auf dem Stuhl, wie in Black Ops, und erzählt die Geschichte quasi rückwärts, man wird verhört, das ist jetzt eine zufällig gewählte Mission, und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Wir in große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee, die Müllen des Schicksals mahlen langsam. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffee-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmöcker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu verobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. So, was ist? Passiert da was? Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole, Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Maser. Los, los, los. Aufpassen! Nimm die Steinmauern für die Überführung nach Bezugspunkt. passch-Tay. Schreiber, Passch-TEN ata, Passch-TEN Schnell den Mörser dort auf. Überprüft Blende und Durchfahrtshöhe. Kassel-Bringer-Fallleuchtgeschubt in die Luft sauber. Los! Ich brauche da unten sofort feiern! Und jetzt rüber über die Mauer. Los! Wir machen das! Los! 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 Das war's für heute. Ich schieße sie jetzt. Machstum, zerlegt sie! Feindliches Fußbold auf der Anhöhe! 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 Machstum, zerlegt sie! Feindliches Fußbold auf der Anhöhe! Ich schieße! Ziert auf die MG-Stellungen, damit ihr hoch könntet! Öffne das Feuer! Heimlich ist ein Gm abgeschotzt! Ich schieße jetzt! Also los! Durch das Gebäude! Ich schieße jetzt! Ich schieße jetzt! Ich schieße jetzt! Ich schieße jetzt! Okay, nicht mehr! Also los! Durch das Gebäude! Achtung! Granate! Sicher! 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 Ich schieße jetzt! Ich bin sicher! Geradeaus! WunderCH! Ah! Captain Brady. Noch ausstehen? Apartment sichern. Eins, drei, entfernt sich für diese Mission von Misfitten. Scheiße LKW, Geräusche, das ist die kleinste Grundlage. Ich wusste nicht etwas über diese Unsinn. Nein, nein, das ist der 5.000.000, wenn wir zum Bad schicken konnten. Wir müssen uns dran wachsen. Ich meine, hinter dem Tunnel ist es nur noch 5.000.000. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie das aussieht. Der Fein erwartet doch gerade von uns, dass wir den Vitalen ausweichen. Wir können Sie nicht überraschen, wenn Sie abwarten. Wir müssen die Initiative ergreifen. Habt ihr euch gerade zugestimmt, wenn man hinterher zu geraten? Warum erschießen wir uns nicht selbst und nehmen ihn die Arbeit ab? Ehrlich gesagt, ich würde euch noch nicht eine nötige Aggression schätzen. Scand weiter. Nichts. Scheiße. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Karre aus dem Weg. Aus. Du hast es gehört. Halt an. Bringen wir es hinter uns. So, let's go. Panzerfaust! Überführung! Hier drüben! Diese Bastard! Ja, wieder Panzerfaust. Nein, das ist so. Das letzte war ja das gleiche. Da geht sie fest. Wir gehen hoch. Blackbird, hier nach. Da ist ein bisschen wie so ein Sexußer und so ein Panzerfaust überwacht. Komm, was. Das ist ein bisschen wie so eine Panzerfaust. Sobald wir draußen sind, dann will ich, dass ihr sie mit Flammenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden! Oh, ich bin getroffen! Ja, der Kommst du in den Nähe. 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 Ja, ich bin getroffen. Ja, der Kommst du in den Nähe. 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 Alle okay! Bin okay! Alles bestens! Und bei dir! Auch alles okay! Okay! Verflucht, das waren 93 und ich lebe noch! Mir geht's besser als okay! Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! Blackburn! Blackburn, bist du okay? Alles in Ordnung? Steh auf dem Memme! Irgendwo muss es hier rausgehen! Los! Herr, bitte sofortige Luftunterstützung! T90 Panzer, 200 Meter von hier! Verstanden? Das Ding wird Sie in Stücke reißen, Mann! Luftunterstützung steht zur Verfügung! Wenn Sie rechtzeitig hier sind! Da war ich selbst auf meine Bank! Ich glaube, das ist die Bank! Ich bin entfernt! Der T90 ist wieder da! Wir müssen was tun! Scheiße! Wo ist der hin? Scheiße! Burn, motherfucker! Alle Einheiten! Auf unsere Position lehren sich feindliche Panzer! Brauchen Hilfe! Over! Bewegt euch! Weitere Panzer im Anmarsch! T90 vor der Bank! Schalt ihn aus! Entfanz lehren sich uns! Okay, da kommen Sie! Von links! Schalchi – hab! von links! Bewegt euch! von links! Ja! phenomen? Das Jevelin-Team ist getroffen. Sichert das Jevelin. Fassen das scheiß Ding ab. Los, los, los! Das muss doch gut, Blackburn. Panzer, vorraus! Was ist das Gott? Was ist Schövelin jetzt hier? Ich schieße! Unser Schuss! Das Gebäude ist noch nicht gesichert. Scheiß, Kontakt! Nicht mit! Weiterer Panzer, Panzer! Feindlichen Panzer zerstört! Gehen wir! Sehr schön! Sie richten also ein brennendes, hinflackiges Fanggebäude. Okay. Ich versuche von hinten reinzukommen. Over! Verstanden! Tschüss! Tschüss! Jetzt können wir ihn umfassieren! Ah! Ich gehe von vorne! Ah! Ah! Los, los! Los, los! Fertig! Weg jetzt raus! Feindbewegung! Sicher! Fertig! So ist es. Komm, Mann! Hilf mir hoch! Kleines F, hm? Ja! Ja! Fertig! 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 Wien, drin! Ja! Fertig! Fertig! Wien drin! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Jetzt! Ja, ja, falsche Tastung, Leute. Ach, was hier denn? Oh! So, weiter geht's. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Jetzt! Klappt auch. Sicher! Ich hab ihn durchgeschnitten ohne Blut. Noch einer! Messer! Du bist dran! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Mach ihn! 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 2.5. 2.0. 1.0. 3.0. 2.0. 2.0. Ich schieze! Das war's für heute. Ja, zerstörbare Umgebung, aber den Glas kann man nicht durchschiebsten. Alles klar. Ja, what the fuck? Move, move. Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie, grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn. Kommt schon. Malte, die Tür. Reaktion. Das hier auszufüllen wird mit dem Zuschauer degradiert. Sehr vorig. Oh ja. Könnte, glaube ich, jeder gut geboren werden. Wir können uns abseilen. Okay. Da geht's gut. 20 Meter runter. Langsam und leiser. Lasst das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Blackburn. Gut gemacht. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich hör da irgendwas. Was? Es wird die Stimmen sein. Blackburn. Haltet eine Blendgranate bereit. Alles in der Stimmen. Oh концacht. scaffoldли. Zäh? Alter. Porten man! Ich nutze das. Ah nee, ich bin nicht so wichtig. Los geht's! Wieder warten. Alter. Glaubst du, Alvashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Ich bin der Held. Okay, nicht der Lack. Was ist da los, ey? Nein, gesichert. Hat man ja vorher nicht drin gesehen. Kriegst du das? Rauch. Kodit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die Schwäge. Ich geh rein. Gesichert. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollte sie zerstören. Nein, guck du. Alles noch da. Packt alles ein und nimm's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York und auf einem Zugfahrplan steht. Sechs Uhr zwei. Scheiße. Kommen wir hier rüber. Was nun? Das ist radioaktiv. Findest du die Idee? Wir haben keine Wahl. Scheiße. Weißt du, was das ist? Ne, der muss keinen. Bomben. Russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen. Den im Augen. Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein. Keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit. Wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3. Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Okay. Naja. Kurzes Fazit zum Video-Ende. Kann man zocken. Muss man aber nicht. Ciao, ciao.